Zunächst sprechen wir aber mal über diejenigen, die sich für eine bessere Welt einsetzen. Mit ein bisschen Glück können die nämlich mit einem Right Livelihood Award ausgezeichnet werden, auch bekannt als alternativer Nobelpreis. Für dieses Jahr stehen die Gewinnerinnen und Gewinner schon fest. Eunice Brookman Amisha aus Ghana setzt sich für legale und sichere Abtreibungen ein. Phyllis Umido aus Kenia kämpft gegen Umweltbelastungen, die durch das Recycling von Autobatterien entstehen. Außerdem geehrt werden die Umweltschutzorganisationen Mother Nature Cambodia und die Seenotretter von SOS Mediterranee. Die Nichtregierungsorganisation hilft schiffbrüchigen Migrantinnen und Migranten, die über das Mittelmeer nach Europa kommen. Und zwar hilft sie ihnen dabei, in einen sicheren Hafen zu gelangen. Besonders in Italien und Griechenland sind private Seenotretter wie SOS Mediterranee nicht sehr beliebt. Sie werden sogar als Schleuser betrachtet. Zugleich übernehmen sie aber eine Aufgabe, ohne die viele Tausend Menschen nicht mehr am Leben wären. Das ist die Ocean Viking. Das Schiff und seine Besatzung erfüllen die Mission von SOS Mediterranee. Die Rettung von Menschen, die in Gefahr sind bei der Überfahrt über das Mittelmeer, wo jedes Jahr Tausende sterben, weil ihre Boote kentern. Bislang hat SOS Mediterranee fast 40.000 Menschen gerettet. Das Rettungsschiff operiert hauptsächlich vor der Küste Libyens. Hier starten viele der oft seeuntüchtigen Boote, mit denen Schmuggler die Menschen übersetzen. Nach der Rettung bringt die Ocean Viking die Migranten zu italienischen Häfen. Die Generaldirektorin von SOS Mediterranee hofft, dass der Right Livelihood Award dazu beitragen wird, dass das Problem mehr Aufmerksamkeit bekommt. Ich möchte, dass die Menschen erkennen, dass die kritische Situation im zentralen Mittelmeer immer noch andauert. Es gibt immer noch viele Menschen, die aus Libyen und Tunesien fliehen und versuchen, irgendwo anders einen sicheren Ort zu finden und dabei ihr Leben riskieren. In diesem Jahr sind bereits 2500 Tote zu beklagen. Die Menschen sollten nicht ihr Leben riskieren müssen, wenn sie Sicherheit suchen. Das ist das Wichtigste für mich. Genau das aber will Italien verhindern. Die ultra-rechte Regierungschefin Georgia Meloni will NGO-Schiffe daran hindern, als Fähren für Migranten zu fungieren. Mehrfach haben sich die italienischen Behörden geweigert, die Ocean Viking in bestimmten Häfen anlegen zu lassen. Doch SOS Mediterranee lässt sich nicht entmutigen. Die Ocean Viking segelt weiter und will den Menschen helfen, dass die Überfahrt nicht tödlich endet. Und Gerald Knaus ist uns jetzt zugeschaltet. Er erforscht die Migration über das Mittelmeer seit Jahren. Herr Knaus, für die einen ist das, was die Menschen von SOS Mediterranee da machen, Seenotrettung, andere halten das für Beihilfe zur Schleusung. Wie ist das Ganze denn juristisch zu bewerten? Ja, juristisch ist die Sache klar. Jeder ist verpflichtet, jedes Schiff, Menschen in Seenot zu Hilfe zu kommen. Jedes einzelne Menschenleben, das hier gerettet wird, ist ein Triumph für die Seenotretter. Und jedes Menschenleben, das im Mittelmeer und anderswo, vor allem im zentralen Mittelmeer, verloren geht. Und es sind seit Anfang 2014 bereits über 28.000 Menschen im Mittelmeer gestorben, ist ein Scheitern der europäischen Politik. Also Seenotrettung ist wichtig, Seenotrettung ist notwendig. Aber Seenotrettung ist nicht genug, um das Massensterben im Mittelmeer zu reduzieren. Dazu brauchen wir auch eine andere Politik. Und die haben wir bis jetzt im letzten Jahrzehnt nicht entwickelt. Allein in diesem Jahr sind ja schon 2.000 Geflüchtete im Mittelmeer ertrunken. Wer ist denn da quasi in die Verantwortung zu nehmen? Wer macht sich da justizmäßig schuldig? Also wir wissen aus den Erfahrungen der letzten Jahre, dass es nicht davon abhängt, wer rettet. Ob es jetzt NGO-Schiffe sind oder die italienische Küstenwache oder eine europäische Mission wie vor einigen Jahren. Wir wissen auch, dass es einen Faktor gibt, der entscheidet, ob viele Menschen sterben. Nämlich, wie viele Menschen sich in die Boote setzen. Also wenn man verhindern will, dass wir in diesem Jahr schon über 2.000 Menschen ertrinken oder im Jahr 2016, als es sehr viel Seenotrettung gab, 4.600 Menschen nur im zentralen Mittelmeer ertrunken sind. Da muss man verhindern, da muss man Menschen entmutigen, sich in diese Boote zu setzen. Und dazu gibt es, wenn man mit dem rechtsstaatlichen europäischen Werten operiert, nur zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, man bietet denen, die Schutz brauchen, alternative Wege an, die nicht lebensgefährlich sind. Und die andere Möglichkeit ist, dass man die, die irregulär kommen, in sichere Staaten zurückbringen kann und sagt, macht euch nicht auf diesen Weg. Wir würden euch in jedem Fall retten. Wir werden niemanden in einen unsicheren Staat bringen. Aber wenn wir Menschen schnell in einen sicheren Drittstaat bringen, reduzieren wir die Zahl der Menschen, die sich in Boote setzt. Und das ist tatsächlich die einzige Art und Weise zu verhindern, dass jedes Jahr Tausende im Mittelmeer ertrinken. Über die Gewinner des alternativen Nobelpreises wie SOS Mediterranee und die Probleme, die sie lösen, erzählen wir Ihnen später noch. Und auch von Ihnen, Gerald Knaus, bekommen wir gleich noch mal mehr Einschätzungen. Denn die wenigsten Menschen, die über das Mittelmeer in die EU kommen, werden hier mit offenen Armen empfangen. Es hapert an einer Lösung für die Verteilung der Geflüchteten. Und selbst so manches Aufnahmelager ist auch nach Jahren an Erfahrung mit Migrantinnen und Migranten nicht besonders gut aufgestellt. Sehr zu spüren ist das auf den Inseln Lampedusa und Lesbos. Dort müssen Ankömmlinge mitunter Jahre ausharren. Emanuel Lujang verbreitet Optimismus. Für einen Geflüchteten auf Lesbos keine Selbstverständlichkeit. Der Südsudanese arbeitet als Freiwilliger im Community Center Pareja auf der griechischen Insel. Seit Jahren ein Flüchtlings-Hotspot. Er hilft heute während des Mittagessens beim Sicherheitsdienst. Lujang kam vor fünf Monaten nach Lesbos. Er hat Asyl und die Umsiedlung in ein anderes EU-Land beantragt. Das Schwerste für uns alle im Camp ist das Asylverfahren. Wir haben keine andere Wahl. Wir können sonst nirgendwo hin. Wir können nicht zurück oder du kommst auch nicht weiter, bevor du dein Asylverfahren abgeschlossen hast. Das Community Center, in dem Lujang mitarbeitet, wird von nichtstaatlichen Organisationen betrieben. Es liegt direkt neben dem Flüchtlingscamp. Für viele Migranten ist es ein Rückzugsort. Manche von ihnen verbringen im Camp Jahre mit Warten. Seit Juli kommen immer mehr Geflüchtete an. Über 1300 Menschen pro Monat. Das sind mehr als viermal so viele wie zuvor. Doch nach offiziellen Zahlen hat das Camp keine Kapazitäten mehr. Die Situation im Lager durften wir nicht sehen. Wegen Massenankünften und zu viel Arbeit lehnte die griechische Behörde unsere Anfrage ab. Die Mitarbeiter der Organisation Europe Cares, die das Community Center leitet, sind besorgt, dass die Lage auf Lesbos wieder eskalieren könnte. Durch die vielen Neuankömmlinge im Lager gibt es immer weniger Unterkünfte. Sie benutzen jetzt auch Großzelte aus Plastik, wo Menschen in kleineren Abschnitten zusammenwohnen. Dort sind die hygienischen Verhältnisse viel schlechter als in den anderen Wohneinheiten. Und es gibt keine Klimaanlagen, keine Ventilatoren. Deswegen ist es dort drin momentan auch sehr heiß. Die Helfenden berichten, dass viele Geflüchtete nicht genug zu essen haben. Jede Woche holen sich demnach über 400 Menschen im Center Lebensmittelpakete ab. Denn Mitte Mai hat das griechische Migrationsministerium entschieden, Menschen ohne laufendem Asylantrag im Camp kein Essen mehr auszugeben. Während des langen Wartens auf Asyl in Europa hat Emanuel Lodzang angefangen, Gitarre zu spielen. Mit seinen Liedern will er Mut machen, seinen Mitgeflüchteten und sich selbst. Der Text bedeutet, kein Zustand ist dauerhaft, denk nicht zu viel nach, alles braucht seine Zeit. Deine Zeit wird kommen und alles wird gut. Ja und nochmal, Gerald Knaus, warum bleibt denn die Lage in den Auffanglagern Lesbos und Lampedusa so schwierig? Na ja, reden wir zunächst mal über Lesbos. Da hat sich ja die Lage in den letzten Monaten verändert. Bis Mai ist die Zahl der Menschen, die jeden Tag aus der Türkei zu den griechischen Inseln gekommen ist, im Durchschnitt bei 30 am Tag gelegen. Jetzt sind es Hunderte. Das heißt, wir erleben derzeit eine rasant wachsende Zahl von Menschen. Das hat auch mit Änderungen in der griechischen Politik zu tun. Seit die Regierung Mitsotakis nach den Wahlen mit einem neuen Migrationsminister zurückgekehrt ist, hat sich die Zahl der gewaltsamen Pushbacks, das illegale Zurückdrängen von Menschen, die auch schon die Inseln erreicht haben, in die türkischen Gewässer reduziert. Und die Folge, wir haben derzeit keine Kooperation mit der Türkei mehr. Sie nimmt niemanden zurück seit Anfang 2020, ohne Kooperation mit der Türkei. Und mit weniger Pushbacks, was natürlich zu begrüßen ist, nimmt die Zahl der Menschen, die ankommen, schnell zu. Und ich habe Gespräche geführt in den letzten Tagen auch mit dem griechischen Migrationsminister. Die griechischen Behörden machen sich große Sorgen. Die Lager sind tatsächlich schon voll. Und ohne die Unterstützung auch der NGOs vor Ort, die tatsächlich Essenspakete bereitstellen, die aus Spenden finanziert sind. Also eine für Europa eigentlich extrem beschämende Situation. Aber ohne die Hilfe auch der NGOs wäre die Lage noch schlechter. Aber die Lage wird sich weiter verschlechtern, außer es gelingt, und darauf drängt die griechische Regierung auch ganz besonders im Kontakt mit Deutschland, mit den Türken zu reden, eine neue Kooperation zu vereinbaren, eine funktionierende Kooperation. Denn klar ist, man kann die Menschen nicht lange auf Lesbos festhalten. Und die meisten, die hier ankommen, werden am Ende alle ihren Weg auch nach Deutschland finden. Gerhard Knaus, ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen. Ich danke Ihnen.